eeeh joe was geht ab ab wieder im start und kommt zu einem neuen minecraft video hier auf meinem kanal meine freunde wir befinden uns gerade hier auf meiner farminsel und zwar meine freunde ich hab mir die ganze zeit gedacht wo ist eigentlich alphastein leute er ist nicht online es ist enter online es ist easy cheesy ist da awesome medina und russik ähm ah jemand neus ist wieder da aber darum geht's im heutigen video und zwar wir haben immer noch das ding ich hab jetzt nicht ich hab ja also beziehungsweise wurde bei mir ja das TNT geklaut. Und das würde ich gerne wiederholen, Leute. Weil wir müssen den Alphastein ja wollten wir unbedingt einmal zerstören, dass wir den einmal alle Sachen wegnehmen. Für die Sachen, die er bisher gemacht hat, Leute. Das habe ich ja versprochen und meine Versprechen möchte ich einhalten. Deswegen fliegen wir mal. Ganz kurz. Was denn, Leute? Na, Leute, kommt. Ist egal. Soll er leider auf sein Ding abbauen. Ist mir jetzt egal. Leute, und zwar hier. Der hat den Tower wieder neu gebaut, ne? Oh, ich glaube, den müssen wir mal wieder sprengen. Ich glaube, den müssen wir wieder sprengen, Freunde. Oh, der baut hier echt ziemlich weit hoch, ne? So, wir gucken mal kurz. Ah, ja. Ah, schaut mal hier, was der gemacht hat. Ah, ja, Freunde. Da lassen wir uns aber nicht schlumpen, ne? Guck mal, da war der Alte. Da hat der Alte angefangen, Leute. Und der hat da einfach weiter gemacht. Ach, du heilige Mutter Gottes Maria, Freunde. Ach, du heilige. Okay, kann sein, dass wir den vielleicht sprengen müssen, ne? Was ist das denn hier, Leute? Ein Herz? Hey, Leute. Auf den Debates ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir werden uns jetzt aber in den Alpha Tower kümmern. Ja, ich muss überlegen, Leute. Okay, ich will den von oben ein bisschen sprengen, weil das ist immer nervig für ihn. Da muss er immer alles neu bauen. Und die Seiten könnten wir auch ganz gut sprengen. Das sollte natürlich klar sein. Ja, ja, gut. Hier hat immer noch keiner gemeldet. Oh, warte mal, Leute. Hier ist was. Für Alpha von Flauschi. Hat Flauschi eine TNT-Bombe gebaut, Leute? Wart mal. Hä? Das sieht aber aus wie eine normale Kiste. Hier ist aber kein TNT, Freunde. Hier ist kein TNT, Freunde. Hä? Wurftrank der Schnelligkeit. Eisen, Eisen, Eisen. Flauschi macht Geschenke an Alpha-Stein? Hä? Oh, warte mal, Leute. Hier steht was. Hier steht was. Hier steht was, Freunde. Hier steht was. Das Alpha erhebt sich neu. Eine neue Welt wird kommen. Eine neue Welt wird kommen aus dem Norden. Alpha-Clan, 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 Alpha-Clan. Eine neue Welt wird kommen aus dem Norden. Das Alpha erhebt sich neu. Warte mal, meint der Norden mit... Leute, ist Alpha hier so dumm, dass er denkt, Norden ist hier oben? Warte mal, der Norden ist immer eine Richtung, aber es ist nicht hier oben, Leute. Also, soweit ich weiß, ist das die Nordseite der YouTuber-Insel. Das heißt, ey, irgendwas haben die wieder vor, Freunde. Irgendwas haben die wieder vor. Und wenn Alpha-Stein was vorhat, ist es nie gut. Oh Gott, Leute, wartet mal. Und zwar ganz kurz. So. Die Dinger machen wir erstmal weg, Leute. Und was ist das für ein Geschenk von Flausch hier in Alpha-Stein, Leute? Wie kann man Alpha-Stein was schenken? Na ja, gut, Leute. Dann gut, was... Aber man muss sich nicht mehr interessieren, das ist keine Wasserkriegerin mehr. Ja, trotzdem sehr, sehr suspekt. Oh, hier hat man einen schönen Turm hingebaut. So ein bisschen Weizen und so. Okay, irgendeine Ente ist hier. Was macht denn? Hat Ente sich wieder was gebaut? Ente hat sich wieder irgendwas gebaut, Freunde. Okay. Das wollen wir natürlich dann mal testen. Aber egal, Leute. Auf jeden Fall, im Norden erhebt sich was. Okay, lasst uns mal einfach mal ein bisschen Richtung Norden fliegen. Und uns überlegen, was könnte Alpha-Stein wieder machen. Okay, Leute. Neue YouTubers da. Will er wieder die neuen YouTuber erpressen, dass er zu sich kommt? Außerdem haben wir die Sache ja noch mit Banks und... Und... Wie heißt nochmal der kleine Junge, Leute? Finski, Finski, Finski. Die ja da ein bisschen Stunk unten gemacht haben, Leute. Und ich sag' ich ehrlich, diese Prank-Piraten werden grad ziemlich groß. Die werden immer mehr Leute. Nicht, dass die dann irgendwann eine Monopolstellung übernehmen. Da muss ich mit der Wife auch nochmal unbedingt reden. Also, wir gucken uns natürlich hier erstmal um, Leute. Okay. Oh, warte mal. Hier ist eine ziemlich... Hier ist eine ziemlich... Freie Fläche. Warte mal, hat Alpha irgendwas hier gemacht? Ne, das ist eine ganz normale Höhle. Hm. Okay, hier ist nix, Freunde. Lasst uns mal weiter in den Norden fliegen. Oh. Was ist das denn hier, Leute? Oh, hier ist ein Sumpfgebiet, ne? Oh, auch interessant, Leute. Sumpfgebiet. Oh, hier ist ein... Ah, das Portal wurde geplündert. Eventuell, um da drüben das zu bauen. Ich bin mal sehr gespannt, was es da jetzt gibt, Freunde. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, was es da jetzt gibt. Okay. Leute, da sind Schilder drauf. Alpha-Clan. 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 Es ist im Norden, Freunde. Okay. Es gibt keine weiteren Hinweise, dass wir irgendwie weiterfliegen müssen. In die Richtung auch nicht. Leute, lasst uns mal gucken, was uns dort erwartet, Freunde. Wir ziehen uns natürlich wie immer einen Toten an. Wir essen Goldapfel. Und wir gehen jetzt hier durch. Oh, Leute. Wir müssen einfach schnell aufhalten. Oh, oh. Leute, wo bin ich? Hä? Ich bin aufs Portal gegangen. Hilfe! Wow! 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 Was war das, Leute? Ich bin aufs Portal gegangen und Army fiel aus zu größer Höhe. Nein. Wurde mir eine Falle geschält, Leute? Bin ich vom Jäger zum Gejagten geworden? Oh. Hä? Hä? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier, Freunde? Hä? Ich habe hier nichts zu essen gerade, Leute. Warte, holen wir uns mal ganz kurz das hier mit. Alter, ich muss mir gerade schnell was zu essen machen. Leute, ich bin in eine neue Welt reingekommen oder so. Ich bin durch ein Nether-Portal gegangen und bin auf einmal hier gelandet. Wartet mal, Freunde. Wartet mal. Hä? Hä? Hä, Leute? Irgendwas ist komisch hier. Irgendwas ist sehr, sehr, sehr komisch hier. Wir gehen mal rüber. Hey, NPC! Oh, nee. Der ist noch gar nicht ausgelevelt, Leute. Was ist denn hier los, Freunde? Oh, hier sind Karotten, oder? Oh, Karotten retten mir den Tag, Leute. Karotten retten mir mal wieder den Tag, Leute. Die sind ganz, ganz wichtig hier. Okay, wir gucken uns mal hier um, Leute. Was gibt es denn hier? Oh, hier ist ein Pferdchen. Hä? Was ist denn das hier für... Was sind das hier für Gebäude? Hä? Bauarbeiter? Herzlich willkommen. Was können wir für sie bauen? McDonalds-Ausage für 25 Dollar bauen lassen. Hä? Exklusive Villa bauen lassen für nur 30 Dollar. Hä? Leute, sind wir wieder in Minecraft? Ist das die Minecraft-Stadt oder so? Oh, mein Voice klappt auch gerade nicht. Verkäufer. Der gibt mir Netherite. Eisen. Lapislazui. Ankäufer. Oh. Der kauft mir Gold. Kohle. Eisen. Und Smaragda ab, Freunde. Was geht denn hier ab? Leute, die Gebäude kenne ich gar nicht. Warte mal, hier ist... Ich glaube, da war gerade ein Farmer oder so. Kann ich hier irgendwo rein? Ah, hier kann ich rein, Freunde. Äh, oh, hallo. Hä? Ah, warte mal. Wartet mal. Ah, er verkauft mir Essen. Verstehe, verstehe, verstehe. Hopla, nichts gemacht, nichts gemacht. Lalalalalala. Oh, Leute, hier sind noch mehr, Leute. Stoffhandel 2. Oh, die verkaufen Farbe. Ah. Okay, Leute, ist hier wieder so ein System. Oh, hier ist ein Turm. Okay, was gibt es denn hier oben im Turm? Das würde mich jetzt mal interessieren, was es hier oben gibt. Äh, Magier. Oh, er verkauft alle Bücher, Freunde. Okay, 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 okay. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant, Freunde. Aber wir müssen hier irgendwie rauskommen, Leute. Aber ist Eiferstein irgendwo hier? Eiferstein! Komm raus! Ja, gut, Leute. Das ist, äh, gerade irgendwas ist hier komisch. Was ist das denn hier, Leute? Ein kleines Häuschen, okay. Also hier gibt es überall Häuser. Da müssen wir mal ganz kurz vorbeischauen. Okay, das ist so ein Typ, da kann ich die Esmaragde mit holen. Okay, verstehe, Leute. Gar nicht mal so doof, die Esmaragde da mit denen zu machen, Leute. So. Oh, oh, hier ist so ein Gedingstyp, Leute. Hier liegt ein Bett. Was ist das denn, Leute? Eine Truhe? Eine Spitzhacke? Oder gar nicht mal so schlecht. Eine Spitzhacke könnten wir gerade echt gut gebrauchen, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen irgendwas hier machen, schnell, Leute. Ich brauche schnell irgendwas an Ressourcen. Kohle könnte ich mir farmen gehen, Leute. Oh, was ist das denn hier? Oh, das war ziemlich dunkel, Alter. Oh mein Gott, nee, nee, nee. Hier habe ich hier jetzt schon ein bisschen Angst, Leute. Soll ich euch ehrlich? Ich muss da ein bisschen Holz rankommen, Leute. Ich werde jetzt gerade ein paar Ressourcen farmen. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Ja, Freunde. Okay, wir haben uns ein bisschen was zusammengefarmt. Wir haben uns hier schön alles. Zack. Meine Spitzhacke ist kaputt gegangen, übrigens, Leute. Das ist euch nicht wundern. Zack. Und jetzt haben wir noch die Schaufel. Zack, Freunde. So muss das doch laufen. Wir bauen uns noch einen schönen Ofen hier hin. Platzieren das einmal so. Da haben wir ein bisschen Eisen, was uns jetzt geschmolzen wird, Freunde. Und ich würde sagen... Aber wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück, Freunde? Das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Und sollen wir das Haus hier erstmal beziehen? Ich glaube, das Haus zu beziehen wäre gar nicht mal so doof, Leute, oder? Wir beziehen das Haus hier erstmal. Das wird dann unser kleines Häuschen sein. Machen wir hier ein bisschen die Möbel weg erstmal. Weil so viele Stühle brauche ich hier nicht. So, guck mal hier. Wir machen einfach easy peasy lemon squeezy, Freunde. So, wir haben jetzt hier nur schöne Dings. Wir machen hier erstmal alles rein. Wir machen hier erstmal alles rein. da essen, falls irgendwas passieren sollte, Leute. Weil wir haben gerade keine Ausrüstung, Leute. Wir sind gerade komplett nackig, Alter. Das ist nicht gut, Leute. Aber wir haben ein bisschen was zu essen. Das ist das Wichtigste. Ähm, ich würde echt überlegen. Eigentlich müsste ich hier viel, viel, viel mehr Karotten anbauen, Freunde. Leute, wartet mal. Hä? Hä? Alphastein? Ami! Hallo, willkommen auf eurem Microfix! Wo bin ich hier, Mann? Ich bin durch ein Portal gekommen und bin schon wieder hier gelandet. Hier! Ich bin hier, Ami! Alphastein? Es freut mich, ich rede jetzt hier bis, Ami. Ich habe so lange auf dich gewartet, mein Kumpel. Mein Kumpel? Hä? Ja, ich merke schon. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht! Kämpf jetzt in mir! Das ist die Rache, was du alles angetan hast bisher in der Vergangenheit. Ich habe dir gar nichts angetan, Ami! Du hast mir nichts angetan? Du hast den ganzen Leuten immer den Spaß weggenommen und du hast sie angegriffen. Ami, lass es! Aua! Hör auf da mich! Das musst du dich tun! Stell dich einfach, Stein! Ich bin nur hier, um dich wegzuhauen! Ami, das musst du dich tun, wirklich! Ami! Besser Ausrüstung, Leute! Aber ist egal! Aua! Oh! Oh, jetzt habe ich dich weggehauen! Gib meine Sachen mit! Äh, ich habe doch nichts! Wieso kann ich dich nicht aufmachen? Aua! Geh weg hier! Schaut das! Gib das her! Ja, ich habe was geklaut! Alphi! Oh, Leute, die wiederhauen! Nein, 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 nein! Hauen wir! Was war's mit dir? Nein! Verdammt, Leute! Oh, nein, 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 nein. Verdammt, Leute. Aber guck mal, so haben wir ja auch keine Chance. Nein, ist er, Freunde. Wir haben aber so keine Chance, Leute. Wir müssen uns erstmal zurückziehen. Ich habe alle eins von dir. Guckt, Leute, und er freut sich darüber. Egal. Was denkst, wo du bist, Amel? Wart ab, Alphastein. Warum willst du direkt alle ausnehmen? Wir können doch alles Spaß haben. Ich gebe dir alles wieder. Nein, von dir will ich nichts wiederhaben, Alfie. Sag ich dir so, wie es ist. Armin, wir waren doch immer Freunde. Hier, wir können ein Haus zusammenbauen. Ich werde mit dir gar nichts zusammen machen. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde dich so oft und so lange jagen, bis du keinen Spaß mehr im Minecraft hast. Sag sowas nicht, Armin. Sonst haben wir immer gute Zeiten zusammen. Wir hatten nie gute Zeiten gehabt. Ich habe dich immer nicht gemocht. Armin, dann geh runter hier von meiner Welt. Das ist meine Inselnruhe. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht hingekommen bin. Ich bin durch irgendein Portal gekommen und bin hier gelandet. Geh auf deine eigene Insel. Ich wollte nicht, dass du hier Ärger machst. Ah ja, dass du mal willst, dass jemand Ärger macht. Du machst nur Ärger. Mehr kannst du nicht. Ich kann den Boot kraften, Armin. Dann kannst du hier wegschwimmen. Soll ich das machen? Nein, nein, alles gut. Ich werde dich. Meine Zeit wird kommen, Alfie. Glaub mir. Aber das musst du wirklich nicht tun, alles wirklich. Wir können das anders klären, Armin. Ja, ja, wir können das anders. Ich habe meine Leute. Ich mache schon wieder den neuen Klang. Ja, ja, Alpha-Schlutz wieder. Du kannst hier nicht sicher rumlaufen, Armin. Alpha-Schlutz wieder. Ja, so in die Richtung. Ja, Digga, den will keiner haben. Aber das ist sicher. Ich sage dir so, was willst du von mir? Verzieh dich. Oh Gott. Ja, ich bin diesmal gut und so. Sieht man. Armin, ich bin gut. Ich habe Essen für dich. Hier deine Angst. Ja, ja. Potatoes. Du musst dich wegschwimmen, Armin. Alles gut. Alpha-Schlutz. Alpha-Schlutz. Ich sage dir so, wie es ist. Freu dich. Freu dich. Was, Trau? Nein, nein. Freu dich, wie es jetzt gerade ist. Glaub mir. Ein kleiner Fehler und ich bin wieder da, Alpha-Schlutz. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das wird so sein. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen Spaß mehr im Minecraft hast. Warum trosten wir jetzt? Lass mich hier mit einem Projekt mit meinen Freunden spielen. Mit deinen Freunden. Ich habe nicht vergessen, was du meinen Freunden angetan hast. Ich habe denen gar nichts angezeigt. Das gibt Rache, Alfie. Ich werde dich kriegen. Wir müssen schnell weg hier, Leute. Alpha-Schlutz. Wir werden mich wahrscheinlich verfolgen. Wir müssen uns irgendwo ein kleines Aufbau... Oh, guck mal hier, Leute. Wie schön das hier aussieht. Wir brauchen sehr viele Ressourcen. Ihr habt gesehen, wir können so einen Ankäufer machen. Da können wir uns richtig Big Baba-Bubu-Equipment kaufen. Uns ready machen. Und dann können wir uns Alpha-Stein schnappen, Leute. Für die ganzen Sachen, die er mir und meinen Freunden angetan hat, wird er büßen, Leute. Komme, was wolle, Freunde. Komme, was wolle. Guck mal, ist der da hinten? Wer ist da hinten? Was willst du? Verfolgst du mich jetzt hier, oder was? Ich überwag' gerade nur die Insel. Ach, warte mal, Alfie. Das ist deine Insel. Also, dann hast du... Das ist deine Villager, deine Verkäufer. Ich würde mal so sagen. Wenn du mich weiter verfolgst, mache ich den Alpha-Clan-Move. Und ich werde die Typen sprengen. Ja, guck mal, wie er mich angreifen wollte. Soll ich da alles sprengen, oder was? Das ist den Tegelschütz. Da geht nichts kaputt. Dann werde ich dir erschlagen. Ist mir egal. Verzieh dich, Alfie. Okay, ich schwimme weiter, aber komm nicht auf böse Gedanken. Wir werden uns wiedersehen. Leute, okay, glaubt ihr, der haut ab, Leute. Lass uns mal so tun, als ob wir noch wegfahren würden. Oh, Leute, was ist das hier? Aber egal. Leute, wir müssen uns jetzt hier irgendwas schnell ready machen. Oh, wir müssen irgendwie hochkommen hier, Leute. Wir müssen hochkommen. Wir brauchen jedenfalls Kohle. Oh, da ist ein Baum. Nice, Leute, hier ist ein Baum. Oh, hier sind mehrere Bäume. Also, wir brauchen Kohle, Leute. Wir brauchen Eisen. Und das können wir verkaufen. Und das beste was wir können tun, Leute. Ich muss dafür sorgen, dass ich starkes Equipment habe, um Alphastein von der Insel zu jagen, meine Freunde. Okay. Ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt ein bisschen farm. Das Ding habt ihr schon tausendmal bei mir gesehen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich war hier am farmen. Und guckt euch das mal an hier. Hier ist ein Lucky Block. Hä? Ich habe eine Slime-Burg gespawnt. Lol. Okay, Leute, Slime-Blöcke. Kann man die vielleicht verkaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir nehmen die auf jeden Fall mit, Freunde. Weil im geschenkten Gaul schaut man dich ins Maul, sagt man immer. Okay, das ist schon mal sehr nice, Freunde. Also wir haben uns jetzt hier mal ein paar Sachen gemacht. Okay, wir haben jetzt ziemlich viel Kohle gefunden, Leute. Und ich würde auch fast sagen, wir müssen uns mal gleich die Preise angucken und so. Weil ich muss mich darauf vorbereiten, dass ich Alphastein auf jeden Fall kille. Und so eine gute Ausrüstung habe, dass er mich nicht einfach schnell wieder kennen kann. Leute, selbst wenn ich jetzt Eisenausrüstung habe, macht es sich schnell Eis nach und greift mich wieder an, Leute. Wir müssen den wirklich mit einer vernichteten Waffe irgendwie erwischen oder so, Leute. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich dazu bringe, dass Alphastein sich mal Erweif oder so entschuldigt, dann kann man gerne darüber reden, ob man wieder mit Frieden zusammenleben kann. Aber die Mission habe ich noch, Leute. Das Versprechen habe ich Erweif gegeben. Das Versprechen habe ich euch gegeben, dass wir das Ganze durchziehen werden hier. Und boah, Leute, so viel Kohle, die wir hier finden. Das ist nice. Das können wir alles verkaufen, Freunde. Alles verkaufen hier. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay. So, wir haben hier uns einiges rangeholt. Also, jetzt müssen wir nur das Boot wieder von eben finden. Aber eigentlich, nö, eigentlich ist es egal. Oder eigentlich ist es egal. Wir haben ja unser Boot. Wir haben ja unser Boot, Freunde, ne? So, dann gehen wir mal hier hoch. Dann bauen wir das so hin. Dann bauen wir ein Boot da. Dann holen wir noch die Kohle mit. Und, Leute, ich fahre jetzt zurück zur Insel dort. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Wir holen das Boot natürlich mit, Freunde. Und müssen uns hier ein bisschen was verkaufen, ja? Da war ja so ein Ankäufertyp. Ich hoffe, dass wir bei dem alles machen können. So, wir laufen einmal hier rüber. Leute, da ist echt viel Wasser hier in der Umgebung, ne? Hm. Sehr, sehr, sehr viel Wasser. Okay, wir haben fast zwei Stacks Kohle. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir dafür kriegen, ne? Ich brauche Diamanten. Ich brauche Bücher. Ich muss mich verzaubern, Leute. Ich glaube, wenn ich mich verzaubern, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr krass. So, wir gucken mal natürlich jetzt hier rüber. Ich glaube, hier war der Ankäufer und Verkäufer, ne? Ne. Ne, das war der Bauch. Hier. So, Ankäufer. Wir haben 37 Dollar. Okay. 15 kostet ein Diamant. Ach, du heilige Freunde. Ach, du heilige. Okay. Netherite. Wir hätten nicht mal genug für Netherite. Okay, wir haben 37 Dollar, Leute. 37. Ach, Leute. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen uns Eisen holen. 1, 2, 3. Und wir können uns ein Diamant leisten, Leute. Ein Diamant können wir uns leisten. Okay. Also, wir wissen auf jeden Fall, was wir zu tun haben, Leute. Ich werde jetzt erstmal nach ganz, ganz vielen Sachen farmen, damit ich gut Geld rankomme und mir vielleicht so ein geisteskrankes Diamantschwert und eine Diamantbrustplatte mache. Warte mal, wir müssen... Genau, wir wollten jetzt den Magier. Da muss ich mir noch ganz kurz angucken, um zu wissen, wie viel ich für die Bücher alleine schon brauche, ja. Also, so ein Reparaturbuch wäre auf jeden Fall geisteskrank. Ach, du 46. 6. Oh Gott, okay, Leute. Wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Geld, Leute. Wir brauchen sehr, sehr, sehr viel Geld, Freunde. Da müssen wir rankommen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Mission, Leute. Wir müssen Eiferstein hier stoppen, ja. Ich werde jetzt farben gehen, Leute. Ich habe auch eine Aufgabe für euch, und zwar ein Like und ein Abo da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie komme ich hier am schnellsten ran. Habt ihr irgendeine Taktik, die ihr machen würdet? Schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Like und Abo da lassen, ihr wisst Bescheid, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Ciao.